hey leute und willkommen zurück zu einer neuen folge paladins und heute spielen wir wieder belagerung und wir spielen heute mal mit dem champion androxxus und es wäre auch eigentlich ganz geil wenn wir die runde gewinnen könnten ach so dass das das die map zu ende aber bitte nicht sterben oh mein gott ich glaube ich sollte mehr hinten bleiben stirb bitte yes er ist der kill kill komm stirb nein die ist nicht tot und sie ist wieder voll geheilt michael jetzt auch jetzt werden wir auf jeden fall sterben aber ist okay also eigentlich wenn man mit dem champion gut umgehen kann ist der richtig gut scheiße okay ein kill nein 4 zu 3 also ich persönlich muss sagen ich kann mit dem champion jetzt nicht so gut spielen der ist was tot okay geil ein kill komm stirb nein 6 zu 4 okay es steht jetzt 1 1 okay und ich verteile mal ein paar Fertigkeiten oder was auch immer wir haben 905 credits dann nehme ich mal Flinkheit ist sehr wichtig äh du hältst ja mehr Heilung durch andere Spieler das sollte eigentlich ganz gut sein denke ich mal ah ich treff den nicht mal gut oh nein also für den nahe kampf ist der champions denke ich mal nicht gemacht okay okay wir haben das ziel eingenommen der ist auch bald tot alter stirb bitte nein oh mein gott ich gehe mal hier hoch her wo ist die denn nein die wäre fast tot gewesen das kann doch jetzt echt nicht wahr sein aber wir sind gerade am gewinnen das ist sehr gut oh shit nein alter 10 zu 8 ist jetzt nicht wirklich gut kann hier eine nicht sterben yes endlich gut einen haben wir bekommen yes schieben erfolgreich also ich denke das gewinnen wir easy äh was können wir hier verteilen mehr Heilung und das nehme ich auch noch und es geht wieder los erobere das Ziel um zu gewinnen alter das war richtig schlecht alter nein raus hier alter ach so die war ganz hinter mir ich habe gedacht das war so eine zone wo ich schaden bekomme scheiße nicht sterben was 15 zu 12 man ja ich denke mit dem champion werde ich auch nicht mehr spielen weil er halt so langsam schießt und das mag ich halt nicht besonders oh mein gott 1 hp ist das ah ne 4 hp 17 zu 13 beteiligung erfolgreich ich nehme doch mal flinkheit ok mehr kann ich eh nicht nehmen ich gehe einfach hier hoch und bleib hinten halt und schon wieder tot sieg yes ok leute das war es mit der folge wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein like und ein abo da bis zum nächsten mal und tschüss bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal